Hey, was gibt's? Hallo Nachbar, in der Cafeteria liegt Eis im Kühlschrank. Dafür erzählst du mir, sobald was Seltsames bei dir zu Hause passiert. Ist klar? Dad, Mom war heute so komisch. Mom war schon immer komisch. Was machst du denn hier drüben? Dylan! Kann ich Ihnen helfen? Mein Sohn spielt so gerne Verstecken. Kannst du ihn bitte holen? Das hier ist Privatbesitz, okay? Du bist ein sehr dummer Junge. Kann ich helfen? Ist Dylan da? Dylan! Dylan! Komm hierher, Willi! Ihr kleiner Junge! Ich hab keine Kinder, kleiner. Er hatte überhaupt keine Ahnung. Wovon redest du, verdammt? Mami braucht Hilfe. Dylan, es ist alles in Ordnung. Er ist verschwunden, ich weiß es. Notrufzentrale, was ist passiert? Ich möchte ein vermisstes Kind, Meg. Geht's dir nicht gut, Ben? Mel, sie will deine Schwester! Du musst mir sagen, was hier passiert! Ben! Peut's dir nach Nin Eva! Ja, wie gut bin ich? Ich danke dir! Da Sauber-